Gesundheit, die schmeckt. Eine Idee, die in den neuen Snacks von Hills Wirklichkeit wurde. Mit Produkten, die gezielt die Gesundheit von Hunden unterstützen und darüber hinaus optimal auf spezielle Bedürfnisse abgestimmt sind. So können Sie gesund belohnen. Hallo. Ja, also ich als Tierärztin würde natürlich, wie Sie schon sagen, einen gesunden Snack empfehlen. Und da gibt es von der Firma Hills Snacks im Normalfutterbereich, die so gewisse Bedürfnisse, verschiedene Bedürfnisse abdecken können. Hills Nahrung wird seit über 50 Jahren von einem Experten-Team aus Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt, um die Lebensqualität von Hunden zu verbessern und die besondere Beziehung zwischen Tier und Mensch zu bereichern. Das trifft auch für die neuen Science Plans Snacks zu, die den Hund gleich doppelt belohnen. Mit gutem Geschmack und mit bester Gesundheit. Deshalb empfehlen Tierärzte für zwischendurch die neuen Hills Science Plans Snacks. Hills Science Plans Snacks. Weil Gesundheit die beste Belohnung ist. Zuh simulärzt. Gutemians ritzt. Zuh simulärzt. Vielen Dank.